Eine Straße, wie es viele in Deutschland gibt, mit vielen Türen und an die klopfen wir, wir klingeln, weil wir mit den Bürgern über die Wahl sprechen möchten, über die CDU und über die Themen der Zukunft. Und deshalb heißt es Endspurt, nur noch wenige Tage bis zur Bundestagswahl und es heißt beide Stimmen für die CDU. Und die digitale Theke ist das eine, im Internet unterwegs zu sein. Es lohnt sich immer auf die Connect-Seite zu schauen, Connect 17. Aber die analoge Theke, das heißt direkt auf der Straße mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen, über Angela Merkel sprechen, über die Zukunft, das ist unser Ziel, damit am 24.09. aus der guten Stimmung auch Stimmen in der Wahlurne werden. Beide Stimmen, CDU.